Am Sonntag wird es hier voll sein. Erstes Heimspiel der Saison. Die Partie gegen Augsburg ist bereits richtungsweisend. Wo geht es hin mit dem SV Werder? Ein ehemaliger Bremer macht Mut. Glaubt, dass Werder dieses Jahr nicht so lange zittern muss. Ich bin eigentlich der Meinung, dass sie zu mehr in der Lage sind, als das, was sie bisher gezeigt haben. Das ist definitiv Fakt, sogar meiner Meinung nach. Aber es muss halt eben auch zusammenwachsen. Der Trainer war immer in Diskussion. Und da ist viel, viel Unruhe, was ja in den letzten Jahren zwar in Bremen so war, aber eigentlich für Werder Bremer gar nicht spricht, dass da so viel Unruhe auch im Verein und hinter den Kulissen ist. Und das muss sich natürlich alles wieder beruhigen. Die Fehler wurden in der Vergangenheit gemacht. Keine klare Linie, keine kontinuierliche Kaderplanung. Jetzt versucht der Klub, eine gesunde Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern zu finden. Das ist ein schwieriger Weg, wenn man so einen Umbau, Umstrukturierung macht und einen jüngeren, günstigeren Kader fahren muss oder will. Dann dauert das eben, bis das auch wieder sportlich die Leistung bringt, die man davon erwartet. Und dazu gehört vieles. Und dafür muss vieles zusammen stimmen. Arbeit zwischen Vereinen, Trainer und Mannschaft muss eigentlich einwandfrei sein. Und zuletzt hat es da ja auch viel Unruhe und Unkränkeln gegeben. Dann musste der Manager gehen. Jetzt ist der Trainer nach wie vor im Gespräch. Das alles muss zur Ruhe kommen. Mit Frank Baumann hat Ovo Mujela selbst noch bei Werder gespielt. Rund 24 Millionen Euro gab der Manager für neue Spieler aus. Besonders den Gnabry-Transfer hält Ovo Mujela für einen Coup. Gnabry ist ja ein talentierter Junge. Mit dem sollte man sich beschäftigen, wenn man die Möglichkeit hat, das irgendwie zu stemmen. Denn er hat nicht nur bei Olympia gezeigt, dass er wirklich zu einigem in der Lage ist. Und dass es da ja gerade nach Auswahl Kruse jetzt für mehrere Wochen oder Monate noch Bedarf gab, war klar. Insofern ist das gar keine schlechte Verpflichtung. Gefragt ist jetzt Viktor Skripnik. Noch nie in seiner Amtszeit hat er einen so stark und vielseitig besetzten Kader gehabt. Zumindest in der Offensive. Skripnik kann. Er muss daraus jetzt etwas machen. Er muss sich als Führungskraft beweisen. Ein anderer Ex-Bremer traut ihm das zu. Viktor kennt sich aus. Er ist ein super Typ. Das ist schon gut. Er kennt die Philosophie von Werder. Aber sicherlich muss man auch gewinnen. Und hoffentlich kriegt sie das jetzt wieder hin. Sollte es allerdings gegen Augsburg wieder einen peinlichen Auftritt geben, dann wäre Viktor Skripnik kaum noch zu halten. Auch wenn Manager Frank Baumann dem Trainer eine Jobgarantie gegeben hat. Der Karten ist die Kader. Der Kader ist das untertitel. Der Kader ist die Kader.